Wird das ne Razzia? Das Gesocks aus dem obersten Stock, stimmt's? Wir reichern sie aus und töten jeden, der rausläuft. Denen lassen wir ordentlich die Masse, yes. Was geht da ab, Adi? Was soll das, verdammt? Sie kommen uns holen. Ich will nur lebend hier rauskommen. Ich weiß, dass wir mit euch ne bessere Chance haben. Deine Freundin da, kann die mit ner Waffe umgehen? Fass mich bloß sicher! Bin ich einer von nur wenigen hundert, die entkommen konnten? Ein wahres Gemetzel, bitte. Hier ist kein Platz für deine Befindlichkeit. Hier, John! Kommt hier, ihr Arschlöchner! Der wird nichts beschert. Und nicht weiss! Das war,otte ich jetzt! Vielen Dank.